Du hast Glück, dass du jetzt gewonnen hast, aber... Niklas, ich schreibe einfach dein Insta-Nach. Oh, die Nachricht muss ich ausmachen. Oh mein Gott. Ey, dann hätte er auch die Brust verliehen können. Ah, kein guter Abschlag, was können sie jetzt ausmachen? Fast hier, das war in der ersten Anrufe, ne? Nullacassette. Bernardo Silva. Bernardo mit dem Pass. Özil, steifers! Huch! Oh, das hat bestrafen. Neue 11 war noch im Spiel. Das ist nicht. Ach, sie guckt. Ey, ich gehe jetzt. Der muss der Räuten... Ey, komm, der 16er. Situation geht weiter immer noch gefährlich. Und, die auf dieser Seite ist es besser als die in jeder Hunde. Ja, ok. Die Führungskrefer gibt kein Wort mehr. Die Führungskrefer gibt kein Wort mehr. Ich habe einen Lager-Knochwort. nach Spaß guck' nur ein Video bisschen Rivals kann sein was bisschen ausrasten bisschen Koffer Ecke kommt in die Mitte schön geklärt von Ruf P2W 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 und ich lasse die Frequenz laufen tut P2W 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 und die Gruppe Mäntchen P2W 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 dass man so sieht, dass ich auch ehrenhaft finde und ich so sage, ja ich kann lose, aber ich gibt es nicht ja, okay, ganz normal wie weit muss überlassen ich rede ich fast gar nicht auf, ich glaube ich aue die ganze Zeit die sie ist voll langsam Ja, ich hab ihn, äh, ich hab Plus gemacht Oh, Alter, der wäre nicht rein Ich hab nur ein Hügel ausgedacht, ne? Alter, wie du ganz halt den gleichen Trick machst Oh mein Gott Du Sweaty Bob, Alter Ich schwör's dir Muss auf, schau, tschau Ich hab's immer, wenn man einen Post sammeltet, macht irgendwer was Oh, Digga Reus ist tot Ich schwör's dir, guck in den Stream, Reus ist tot Reus, tot Ey, ich wollt in die Ecke schießen, zuerst, ne? Komm, Piszczak on Oh mein Gott Das war so richtig, ich kackt, ne? Das war so richtig, ich kackt, ne? Ich mach' aber nicht Ecke Ich mach' nie Kopfballtore, obwohl ich gute Ecke schlage So, normal aufmachen und dann in der Hälfte Der geht eh durch Ich wusste's doch Alter, Halt's Maul, ich seh's doch Alter 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 Ich spiel, ich spiel'n grad Hä? Digga, ich, äh, Alter Digga, ich muss doch ruhig Digga, ich muss, ey, Halt's Maul, mach nicht noch mehr Ich muss grad mehr Ecke spielen Ja, Mann Ja, Mann Und ganz vorne starten wir heute nur mit einem Stürmer Ja, das will erstmal nix heißen Das Mittelfeld unterstützt die Offensive Boah, der ist auch so schlimm Ja, das ist ein guter Trick, holt hier das Tor draus Ja, Cleaner Seid und Assasi Sie sind jetzt also in Führung, 1-0 Ja, energischer Vorstoß Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht dieses Spielverständnis Schönes Jubiläum heute für Bastian Schweinsteiger Er macht heute seine 50. Partie für den Club Und diesem Jubiläum Wolf wird mit Sicherheit noch weitere folgen Denn es passt hier einfach alles perfekt Jetzt Schweinsteiger am Ball Oh, Nova Mejang Jetzt der Ballverlust Schlechte Aktion von Obis Die Baller Da zieht er ab Hi Moin Niklas, ich stehe jetzt Ich hab sechs Spiele Ich hab noch elf Spiele, sechs Spiele Das geht gut Ich hab auch zweimal gequotet Einmal gegen Ersten Und einmal Schöner Zweigampf 4-0 zur Halbzeit Der jüngste Spiele zu spielen Wenn man noch die Grenze-Zeit-Zahlfahne Ich hab's Also so Ich bin nicht schön zu wetten, ne? Oder B обыч Ich bin nicht blank Ich bin Orfel Von Neganch Ich bin Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Iniesta, super Pass. Oh, Situation bereinigt. Ben Chilber, Özil. Aubameyang. Jetzt Schweinsteiger. Sebastian Schweinsteiger. Schweinsteiger. Ja, Klinasaito. Ja, Klinasaito. Los, Max. Tell your heart, abonniere dich jetzt. Okay, wenn du auch sagst, dass du aktiver, ähm, aktiv bist auf dem Kanal. Also ich abonniere dich nicht, aber Niklas wird dich abonnieren. Also NFL abonniert dich dafür. Das 2 zu 0 sieht alle ziemlich gut aus aktuell. Wärme. Super Pass. Ja. 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 da war der Pass kommen. Das war dann doch eine ganze Menge gefehlt. Das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen, der hat ja kaum was gestimmt. Özil. Pierre-Emerick Aubameyang, super dazwischen gegangen. Das macht er sehr gut, klasse Tackling. Da haben sie jetzt Platz. Timo Werner, vielleicht der Ausgleich. Ja. 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 jetzt auswerten und ja hat mir um ein deutschland was so mit dem gegenseitigen und jetzt müssen sie irgendwie wieder zurückkommt ja also die zuschauer dürften spaß haben wir sehen hier heute richtig viele habe ich das hier ich habe gerade zwei Minuten die Zeit sind angezeigt gleich ist hier Schluss aber sie können den Ausgleich noch packen jetzt bekommen sie die Chance ich bin der Pass ja das war sie und dann viel vorwärts Ja, 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 ja. Du hast nicht mehr reich. Es war ich für sie immer zwei. Du hast nicht mehr reich. Ich bin da dran, wo war ich? Ich bin da dran, wo war ich?